Einen wunderschönen guten Abend mein Lieber, auch willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute habe ich Geburtstag und ich werde heute 13 und wir haben heute eine Erdbeer-Torte. In meiner Schule gab es Bellamy Blumchen-Torte, viele haste Bellamy Blumchen. Und ja, heute habe ich Kuchen gegessen und bald kommt wieder ein neues Video bei Nani. Ich glaube, morgen werde ich euch nicht filmen, weil ich bin ja immer bei Mama. Deshalb filme ich euch vielleicht Montag oder Dienstag ein neues Video. Weil ich gehe mit Papas Freunden ins Kino und wir gucken, ähm, das Mini ist Teil 3. Wir gucken einen Film, das neue Mini ist Teil 3, gucken wir an. Und, ähm, ja, da gehört dann eine Mini-Film an. Und, ähm, ja, die Mini-Film gibt es auch für Sticker, gibt es aber Rewe. Und, äh, da kann man auch kaufen, wie die Sticker von Minions. Oder ich kann einkaufen und dann kann ich auch zum Kino gehen. Also, ich gehe ins Kino, wie gut das ist in einem Mini-Film. Und halt Rewe gucke ich an und dann, äh, ja, ja, beginnt das Kino. Und, ähm, ja. Und Arno Per war heute da. Und die Vera, die war auch natürlich da. Und der Nächster und der Aschier ist da. Und die uns bei Michel da. Die sind heute auch hier zum Geburtstag. Und, ähm, ja. Ja, es wird schon ganz dunkel. Es ist schon fast halb zehn. Und, ähm, ja. Ja, also morgen wird ein besonderer Tag morgen wieder Schule. Und, äh, vielleicht sehen wir uns ja morgen vielleicht für ein neues Vlog. Oder vielleicht sehen wir uns erst wieder Montag wieder vielleicht. Vielleicht sehen wir uns wieder auf Tour. Wenn wir wieder sehen. Und, ähm, ja. Wir, äh, also, wir, ja. Und, ähm, weil Lukas Kaffee ist ja auch ein neues Video gekommen. Ich glaube heute Abend. Ich glaube erst morgen vielleicht. Oder erst Montag. Wollen wir eigentlich auch für die hunderttausend Abonnenten special machen. Für die hunderttausend Abonnenten. Dass sie ein Playparty bekommen. Und, ähm, da werde ich euch mit dabei sein. Dass ich euch bald die hunderttausend Abonnenten special machen. Und, ähm, ja. Es geht auch. Ich lasse schlafen. Und morgen zu der Schule. Und morgen bis dann einen Tag. Und dann, ja. So. Also das war's. Bei Waus haben wir das hier. Ich hoffe euch das Video gefallen hat. Gehts Daumen nach oben. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat. Macht Daumen nach unten. Und, ähm, abliegen meinen Kanal. Ist immer kostenlos. Und verpasst euch keine Videos mehr. Klickt auf die Glocke. Und, ähm, ja. Verpasst euch keine Videos mehr. Und wenn ihr auf die Glocke. Ist wieder mal eine Nachricht. Dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und, ähm, ja. Also das war's. Tschüss ihr Lieben. Tschüss ihr Lieben.